Hallo Herzlich Willkommen wieder zurück bei Whitey Villain Wir fangen jetzt an Sackwood zu spielen Wir fangen mit dem ersten Teil an, wenn wir sie durch haben, soll die zweite Folge Vorherige Sachen, ich sag mal Minecraft, wo wir jetzt angefangen haben, will es vorrübergehend nicht geben Leider musste ich meine Festplatte vom Rechner austauschen, da die andere kaputt gegangen ist Ich habe dementsprechend keine Saves vom letzten Stand und allgemein nie Saves gemacht Ja genau, das war es, was ich suchte Ja, also starten wir erstmal ganz nochmal mit Sackwood zum ersten Teil Wollen wir auch schon mal starten, neue Kampagne Der erzählt ja was zu sagen, also wenn wir uns das mal ganz nochmal erstmal machen Der Gladiator ist ein Experte für den Nahkampf und geschult im Umgang mit Waffen aller Art Am wohlsten fühlt er sich im Zweikampf, Mann gegen Mann, wo er mit harten Treffern und tödlichen Attacken Seine Gegner fällt und spottend in den Staub schickt Hört sich schön an, hört sich schön an Wollen wir mal weiter Die Seraphim ist eine Nachfahren der mystischen Kampfengel aus der Ära der Götterkriege Die Götter gewährten den Seraphim himmlische Magie, um ihre Gegner zu schwächen, bevor sie diese mit wirbelnden Klingen niederstrecken Alles klar Schon schön Der Kampfmagier hat neben der Zauberei auch die Waffenkunst für sich entdeckt Geschickt wird der Schwerter und Sterbe, wenn er in den Nachkampf gezwungen wird Doch seine mächtigste Waffe ist die Zauberei der Elemente, die das Weltengefüge zu erschüttern vermag Die beseelte Vampirin ist eine Verschmelzung aus ritterlicher Nahkämpferin, die bei Tage geschickt mit dem Schwert ihre Gegner in die Schranken weist Während sie bei Nacht als verruchtes, diabolisches Raubtier ihre Opfer reißt und sich mit blutigen Küssen ein schauriges Gefolge schafft So, dazu muss ich jetzt sagen, ich hab das schon einmal angezockt So, dazu muss ich jetzt sagen, ich hab das schon einmal angezockt Einfach um Mit der Steuerung Ah, nein Mit der Steuerung auch wieder zurecht zu kommen Ähm Ja, dafür habe ich den Kampfagier Ja, Magie ist grundsätzlich meistens nie so mein Fall gewesen Dann dienen würde ich momentan zum Gladiator oder zum Dunkelelfen Ähm Ehm 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 Hanse auf Minangen und Spihstan Ehm 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 Der Traum Schädert der Necrombant, beschwert einen Dämonen und scheitert. Die Beste aus den Untiefen der Hölle ist frei. Ihr wacht schweißgebadet auf dem eisigen Plateau aus dem Traum. Doch war es wirklich nur ein Traum, es fühlte sich geadern. Ob eure Elfe Gefährten eure Schritte zu lenken vermag, auf das dieser Elbtraum nicht über die Welt Ancaria herrennt wird. Alles klar. Als Einführung in das bevorstehende Abenteuer werden in solchen Einblendungen kurz die wichtigsten Spiele im Endeffekt. Grundsätzlich können Hilfestellung zu den Menüs drücken. Die Beste in der Nähe nach Ausrüstung suchen und dann unbedingt den Auftraggeber ansprechen, der bereits unbedingt mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf wartet. Alles klar. Ein bisschen weiter. Gegenstände Kisten, Buchstellen, Affendister und viele Dinge mehr sind alles klar aufzusammeln. Auch besiegte Gegner lassen Gegenstände fallen. Was nichts Neues machen die meisten Spiele. Solche Gegenstände können durch Anklicken mit der Mauer oder der Petition Alt oder solange die Alt-Tasse gerückt wird, erscheinen Informationen über alles was sich in der Nähe befindet. Ja. Also. Aufsammeln. Alles. Mal kurz ins Elementar. Und geht jetzt. Ungelegt hat er es schonmal. Verwirrung. Klack. Das sind die Kampfkünste. Da haben wir auch verschiedene. Harter Schlag. Das haben wir ja von Anfang an. Das ist jetzt auch schon drin. So. Verwirrung. Was ist das? Platzierte Fallenattacke, welche die Gegner innerhalb des Fallenkreises so verwirrt, dass sie entweder Tenams los sind oder auch schon mal die eigenen Reihen angreifen. Aktuelle Stufe. Äh. Würde ich sagen, warum erstmal nicht. Sprechen wir mal unsere Auftraggeberin hier an. Die letzte Etappe unserer Flucht steht bevor, mein Dunkelelfischer Gefährte. Wir müssen Hauptmann Romata in der Garnison von Schönblick erreichen. Mit meinem Bogen und deinen Kampfkünsten sollten wir uns die Dunkelelfen, die uns verfolgen, vom Leib halten können. Lass uns also nicht zu lange verweilen, denn deine Brüder werden dir nie verzeihen, dass du dem Ruf des Herzens gefolgt bist und die Pfade des Schattenreiches verlassen hast. Okay. Das Blut unserer Gegner soll köstlich von meiner Klinge tropfen. Boah. So. Faustklinge. Da oben ging es jetzt gleich. So. 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 Fähigkeiten haben wir halt immer so eine gewisse Ladezeit. Guck mal kurz Heiltranken hatte. Genau. Das war die Kunsttaste dafür. So. 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 sich diese begleiter wieder verabschieden kämpfte gefährden können beliebig ausgerüstet werden dafür einfach mit der gewünschten waffe oder mit dem mit einem schild auf das porträt des gefährten klicken bei der verabschiedung letzter gefährte die waffen auf den boden zurück wir haben ja gerade mal genug ausrüstung momentan für uns also sich das thema soweit erst mal erledigt da wir noch eine gefährdung haben warum jede menge von so möglichst viele gegner mitzunehmen jetzt gerade überkriegen können waffenkunde und der wiederstand beeinflussen körperlichen riss schutz und reduziert giftwirkung physische regeneration physische beschleunigt die heilung der lebensenergie die regeneration nicht magische kampfkunst und stärken erhöht den angustwert den nahkampfschaden und die lebensenergie das war eine einfache stärke erfahrungsstufen stufen höhe da 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 zu tun das damit wir müssen wir aufstieg aus zweimal sind schon aber später können wir uns immer weiter aufrüsten so jetzt kommen nämlich zum beispiel eine zweite kampf zufügen hier könnten wir jetzt noch eine zweite waffe anlegen so kommen wir mal wählen mit welcher waffe wir gerade kämpfen möchten beim dunkel 11 weiß ich jetzt gerade gar nicht inwieweit ja es hat auf jeden fall bei uns ist das beim gladiator so dass er jetzt zwei waffen kampf man kann es natürlich mit zwei waffen gleichzeitig kämpfen immer ganz nützlich gewesen stimmt ich hatte hier jetzt noch ein dinges drin für verwirrung sag mir was du wert bist du gar nichts Klapp Guck, was gab's denn schönes? Schwache halt dran Okay, okay, okay Und auch das waren unsere Charakter-Truhen Meine nicht Wenn wir da Sachen reinpacken, können wir die an jedem Ort wieder zu uns nehmen Bin mir nicht sicher, ich meine, dass ich das dann mit anderen Charakteren auch wieder nutzen könnte Überall in Ankara gibt es Händler, die... ja Da ist vermutlich einer drin, sieht zumindest nach Hand aus Aber unser Gottbestand sagt grad mal 104 Also Versuchen wir das jetzt gar nicht Ja, es gibt neben Quests, alles klar Ich erinnere mich zum Beispiel Ja, helft mir, Armand Schi tötet den toll... wütigen... Leidwolf Fabelhafter Auftrag Ja, voll fabelhaft Machen wir einfach, um... Lalalala Ähm... Ja, noch an Erfahrung zu gewinnen und stärker zu werden bevor wir überhaupt richtig loslegen Einfacher Grund dahinter ist... Ich bin mal der, dass... Ja... Die ganze Geschichte dann ein bisschen einfacher macht und wir uns sowieso immer... hochkämpfen müssen Und... Und... Ich... Dass unser Verlauf arbeitet vor allem, wenn wir später auf stärkere Gegner stoßen Ja... Also... Ja... Wo wir... Hecht haben könnten, zum Beispiel dass wir unser Level einfach noch nicht hoch genug und nicht stärker sind Sprich, vielleicht haben wir einfach die Waffen noch nicht, oder... Attribute sind noch nicht hoch genug... Ach... So... Das kommt auch nochmal auf damit Also... Machen wir mal das... Und... Genau... Fertigkeiten kommen immer mal wieder neue welche dazu Zwei Waffenkampf hat er auch Klingenkampf Fangen wir uns... Ballistik Diese Verkehr jetzt steuert der Regenerationsratze und Angriffsgeschwindigkeit von Pfeilen Zwei Waffenkampf ist klar Konstitution... Er hört die Legen... Ja... Nehmen wir erstmal den Zwei Waffenkampf Klack Einen hinten Waffenkunde an sich Den hatten wir schon Schwacher Soog der Hölle Gut Alles klar Leitwolf haben wir also erledigt Gehren wir mal zu unserem Questgeber zurück Wapp Vorgaben haben wir noch den Ball viel platt Oh... Hier haben wir ein bisschen Gold liegen lassen Oh... Ja... Das passiert natürlich auch... Sprechblase... Irgendwelch Bürger... Also wir erzählen die nachher was Ist aber eigentlich... Nicht von Bedeutung So... Victor... Ihr habt ihn erwischt Danke euch Noch mehr Schafe hätte ich nicht verlieren dürfen Sonst wäre... Ruiniert... Hier... Nehmt dies zum Danke Ok... 12 Gold 220 Erfahrung Und... Harter Schlag Was hatten wir? Harter Schlag Und... Magie Umleitung Klack Was zwei... Alles klar können wir auch Steigert sich nämlich der Wert unserer harten Schlags Also steigert sich um eine Stufe Regeneration und Schaden Spielpunkt wie dann... Äh... Sagen wir... Packen nochmal... Perfektiert... Magie Attacken Auf Gegner zurück Ja... Dann werden wir glaube ich noch nicht großartig damit zu tun haben Also... Lassen wir das ganz mal kurz Machen erstmal hier die Bandit fertig So... Schön aufhören Kriegsland zu der Art legen Tja... Brauchen wir gar nicht nachgucken Wird eine Zwei-Hand-Waffe sein Ich... Nämlich so nicht... Führen möchte Weil ich ja schon entschieden habe Ich möchte immer den... Äh... Zwei-Waffen-Kampf und nicht den Zwei-Hand... Zwei-Klingen... Lernen Einführung Belohnung abholen Sind alle Bedingungen zum Lösen einer Aufgabe erfüllt zu erscheinen Ein Ausrufezeichen über den Auftraggeber Und ich kann meine... Ja... Wickelelf auf der Flucht? Nun... Mir soll's egal sein Ich rekrutiere euch für die Valorianischen Truppen Begebt euch nach Porto Valum im südlichen Grenzland Und sprecht mit Sergeant Travel Ich gebe euch ein Empfehlungsschreiben für Travel Fortan sollt ihr dem Prinzen Valor dienen Der im Süden gegen die Orks von Korat Nur streitet Nehmt für die weite Reise dieses Gold Und kauft euch ein Pferd aus den Stallungen Eine Sache noch Nutzt den Weg dorthin, um eure Fähigkeiten zu schulen Denn es gibt bestimmt so manche Aufgabe in Silberbach oder Porto Valum zu erfüllen Für die Menschenmäuschen war ja eine spitze Idee Gut, das war Bescheid Entlassen in die Spielwelt Die erste Hauptmission ist gelöst Damit soll die Grundlagen des Spiels erlernt worden sein Beim Durchforsten der Ländereien Um einen schönen Blick gibt es sicher Gibt es sicher Gibt es sicher noch So einiges zu entdecken Boah Was ist das? Ja, viel Spaß, alles klar Ach Nein, nicht den Schwertmeister Unsere Wege trennen sich, mein stolzer Schahirim Während du deinen Weg nun im Reich der Menschen gehst Führt mich eine wichtige Mission in die Nähe von Tyrfazul Mein Herz singt, wenn ich dich sehe Und ich bete zur Göttin, dass sich unsere Pfade wieder kreuzen mögen En Rebellaria Schahirim Du bist ein echter Sorgenbringer Ja Allerdings So, bevor wir uns aber jetzt uns da hinbewegen Mal gucken, 3000 Gold haben wir jetzt Ja, also bevor wir uns jetzt da hinbewegen Und äh Unser Pferd kaufen Oder Magisches Versteck Ich würde gerade sagen Rüstung der Arm Und alles werden wir nämlich erstmal noch gucken Inwieweit wir unsere Ausrüstung aufpumpen können Und noch ein bisschen Gold sammeln Und unseren Charakter noch aufpumpen Indem wir noch Erfahrungspunkte sammeln und solche Geschichten Und noch sind die Gegner ganz einfach Ich brauche eine Rüstung, die mich vor kraftvollen Attacken schützt Ja Ungenau sie, ne Bogen Nee Bogen will ich ja nicht Können wir nämlich nachher wieder schön beim Händler noch verkaufen Vergammelte Handschuhe Hat er glaube ich alleine angezogen Jep Wow Äh guck, wenn man mal was nicht mitkriegt So Klatsch, klatsch Pause um Oh ja Nächste Nächste Oh, nochmal Stolz Halt Hier Ja Lass so'n aliener Bogen spielen Nicht zu fassen Ist nicht zu fassen Ist nicht zu fassen So Ernsthaft? All Beniten schon erledigt? Ne So Das meiste Gold ist es natürlich nicht Bisschen kommt noch was zusammen beim Verkaufen Und deswegen sollten wir auch vielleicht darauf achten Dass wir unser Charisma Nach und nach immer wieder erhöhen Mörderische Ratte Mörderische Ratte Ja Das war unser Charisma Weil dadurch Unsere Kreise sich verbessern Einfach damit wir besser handeln können Das ist ja auch der Fall Das ist ja auch der Fall Ähm Einmal noch 2 Min bitte Und dreimal fertig machen Ja So Klack Wir sind nämlich gerade wie aufgestiegen geschickt Auf den Verteidigungswert und den Beziehbaren Fernkampfschaden Interessiert mich Charisma Reduziert die Handelspreise und gehört die verursachten Giftschaden Mantalerie Ne So Stecken wir mal ein Charisma rein Ein Waffenkunde und ein wieder Zwei Waffenkampf So Schauen wir uns nochmal ein bisschen um Klatsch 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 Schutz der Erfolglose Schütze der Ach Guck war nicht Schutz sondern aber Angriff 17 erwarteter Schaden 21 bis 9 23 bis 39 und der 21 bis 29 Ist schlechter ABER Wir haben ja sowas schönes wie in zwei Waffenkampf jetzt Jetzt kommt das auch mal zum Tragen Klatsch So Wäre natürlich schöner wenn wir jetzt noch andere Waffen hätten Ein bisschen um Wollen wir noch rumlaufen 3.300 Na gut gehen wir erstmal wieder zurück Da war ja noch eine Nebenquist die uns dann vielleicht noch ein bisschen mehr Gold einbringt und Erfahrungspunkte Dann wollen wir die doch erstmal nochmal lösen Direkt zum Händler unsere überflüssigen Sachen schon mal verkaufen Gucken was wir schon mal wieder kriegen können Das wäre nämlich auch schon mal nicht ganz schlecht Hier wird es sicher den einen oder anderen Händler geben Ja wird es auch Fängt jetzt schon an zu schnaufen Da Händler Da Händler So Ja das Verkaufen Preis 207 Ja das Verkaufen 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 So So Ähm Ja Klingklau 28 bis 34 Kosten Weithändiger 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 Wachen steht sogar bei 32 bis 39 28 bis 34 29 29 bis 61 2400 Defekte Axt 49 bis 61 2700 Hm Was ist das Krummseh mit der Bauer 48 bis 28 200 Nehmen wir das Ähm Ja jetzt reicht unser Geld gar nicht Das Wann Ja jetzt mal den Ungenaue schneiden Nehmen wir mal dazu Dann können wir nämlich die Faustklinge aufverkaufen So Händler verlassen So Händler verlassen So Wir haben auch schon mal ein bisschen stärkere Waffen Wurstung müssen wir Halt Das war zu weit Wurstung müssen wir gleich mal gucken Sind wir zu weit geraten Da Michael Der Schmieds Schönblick ist verschwunden Findet ihn und bringt ihn zurück Jeder Der sich mir bei der Erfüllung des Auftrages in den Weg stellt Ist bereits tot Genau so sehe ich's auch Also was macht man da? Einfach mal losmarschieren Meine Beute muss nahe sein Meine Beute muss nahe sein Die Reise richtig starten Und los gehen Ähm ähm Da wollten wir zu weit gehen Die Reise richtig starten Äh Ich bin verwirrt Ja 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 Gut Jetzt hab ich mir nicht durchgelesen was war Aber dann Wollen wir mal Gold und Erfahrungspunkte sammeln Und Alles was so dazu gehört Ähm Irgendwie fühle ich mich grad verfolgt von dem Vibe Von dem komischen Mädchen da Ah guck erstmal hier Ah ist noch so ein Alien der ja Brulungsschütze ist nicht zu weg Stört Stört ja ganz gewaltig Was du nicht sagst So Wollen wir mal gucken Guck 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 Wollen wir mal den Schmied suchen Stört Hund Nur Ungenaue Schneider Hat 48 bis 60 58 Bide haben hören Rüstungswert und Das lohnt sich nicht nicht? So. Hey! Abhauen ist nicht! Es geht nicht weiter, solange ich noch nicht gesiegt habe. Steine, Gläsen, Rundensteine, in Gedanken an die tanzenden Toten, denn der männliche Geist ist schwach und dem Fleisch unterliegt. Aha. Nur drehen wir uns schmiert. Hab Dank für meine Rettung, doch die Goblins haben mir eine wertvolle Klinge gestohlen. Darum bitte ich dich um eine weitere Gefälligkeit. Bringe die gestohlene Klinge zu meiner Schmiede im Dorf. Dein Schaden soll es nicht sein. Alles klar. Du sollst deine gestohlene Klinge wiederbekommen. Der Garten der Engel. Noch so ein Stein. Zu Ehren der Semiramis, der Gärtner des Königs Nebuchadnezzar 2. Gesegnet sollt ihr sein, ja. Gesegnet bin ich schon. Gesegnet bin ich schon. Gesegnet bin ich schon. Ähm. Weil wir können uns damit eh nicht ausrüsten. Schade, kein Durchgang. Schade, kein Durchgang. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht es? das ist mir völlig neu 51 für 57 beide gehen bis 60 hoch hier drüber nächstes grab gleich mehrere monster kommt bestimmt irgendwo noch mal so ein paar viecher haus da aber ein bisschen gold Ich muss aber wohl einfach stumpf drum herum gehen. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir diese Waffe finden. Oh, ich muss das aufhören. erstmal ist das denn kopf des skelettkriegers erwarteter schaden 1 bis 3 schild das egal rüstzug des knechtes dunkel 11 erwarteter schutz 36 20 also legen wir den mal an schild egal bauernkeule 50 bis 73 50 bis 60 sind die bauernkeule viele gegner sind es auf jeden fall auch nicht mehr bis wir unsere waffe die aufstieg haben k k k k k Da weiß ich nicht was das jetzt sein soll. Ach, ist gar nicht eingezeichnet oder? Reiß auf. Das ist wahrscheinlich schwierig. Ja, der ist ja da. Hm. So, ne die Waffe fehlt nicht eingezeichnet. Ah, eben so. Ist schon gar kein Fieber. Ähm. Ja. Ja. Ach so. Wir haben ihn. Das war schon richtig mit dem Kopf. Das haben wir nicht schon gekochen. Oh. War auch gut. Wollen wir jetzt mal gucken was es da gibt. Die Tarn durch. 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 Ne, für 790 gewinnt es ordentlich Geld. Hau kaputt. Hau kaputt. Ja genau. Hau kaputt. Hau kaputt den Goblin. Oh. Tatsache. Lauf mir da schon mal mit bei. Ja. Na. Noch schon gut. Und. Stufenaufstieg. Yeay. Okay, dann nehmen wir erstmal wieder zwei Waffenkampf. Packen wir mal beide rein. Und, Charisma erstmal egal. Teil Regeneration, äh äh. Aber doch, stecken wir mal Charisma rein. Dann will die Sachen besser verkauft kriegen. Vor allem, bis wir uns auch verkaufen. Aber müssen nicht, aber ist einfacher. Strecken werden länger. Da hat man doch lieber so einen IT, weiß ich. So, Michael, der Schmied. Ah, danke. Diese Maske... Was? Maske-Rätsch-Klinge? Ist wahrlich unbezahlbar. Weil ich sehe, wie das Metall mehrfach gefeiert wird. Ja, ich falte Metall auch mal eben. Wurde nur die Zwerge von Gnal-Stahl... Boah, Gnal-Stahl, wie auch immer. Wäre es diese Kunst besser. Also nochmals danke und meine Dienstle als Schmied stehen Ihnen nun zur Verfügung. Okidoki. Aber die... Oh, nicht noch mehr. Projekt, die Umleitung. Und Hieb. 61 bis 91. Hm. Äh, den haben wir behalten. Hä? Hä? Oh. Okay. Jetzt... wieder heimpacke. Ah ja, ich hab noch... Alles klar, ich brauch irgendwie Schmuck oder anderen Sachen dafür. Also starten wir. Und wenn die Quest nämlich aber auf jeden Fall auch schon mal gelöst. Dann wollen wir jetzt erst mal unsere Sachen beim Händler loswerden. Gucken, was wir ja jetzt noch eventuell in den Rüstungsgegenständen... Ach, der hat schon längst wieder ein neues Sortiment in Waffen. Ähm, ja, gucken wir nicht nach, wir wollen verkaufen. 608, 70, 608. Nein. Alter, wir halten das Schild auf jeden Fall weg. Jep. 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 Ein Gold. Kampfmalier. Auch weg. Auch weg. Wustung. Aktuell hat 36... Ferris zum Zeug erweiterte Schutz 5... Interessiert mich erst mal nicht. 20 34 30 3000 will ja für so einen bescheuerten helm haben gucken wir erstmal was so ein komischer klapper kostet wie die pfeife denn für so ein pferd haben kann mir nur eins anbieten 1100 na gut dann kaufen wir uns erst mal noch diese komische kappe da 27 20 das ist auch erledigt und zwar das pferd noch als wir haben damit noch mal erst mal auch ende sagen wir bis zum nächsten mal und dann starten wir mal richtig das ist